ECHO! Hallo ECHO! Ich hab kein ECHO. Ich auch nicht. Naja, es war eher ein heilender Husten, aber... Ich kann ja mal meinen Hall anmachen, wenn ich huste. Klingt sicherlich lustig. Das ist ein epischer Husten. Der König hustet. Ja. Der König? Du kennst es nicht mehr mit dem König. Ist ne Weile her, aber ne, Blazey. Vielleicht kann ich das aktivierte Zettel haben. Mit Blazey dem König? Ich komm grad nicht, weil ich lieg immer noch im Bett. Nein, du hast grade dein Bett verlassen. Ja, weil es wiederum gebackt hat. I sleeping too. Bin schon da gleich. So. Was brauchst du das denn? Ähm... Du musst vier so Teile herstellen und die dann integrieren. Integrieren? Mhm. Ich werde wahrscheinlich dabei sterben, deshalb muss ich auch weit weg gehen. Und... Au! Aber es wird auf jeden Fall ne Show. So kommt, warum... Wird er denn jetzt nicht abgearbeitet? Wieso fehlt mir auf einmal ein Fan? Wo ist der? Wie macht man eigentlich dieses Glowstone-Glas? Da brauchst du, ähm, einmal dieses... Dieser Sand im Glas und dann, ähm, muss das nochmal gebrannt. Oh, Sand im Glas? Was? Ja... Ähm... Warte... Du hast ja auch dieses, äh, Dingens da, hier zum Gucken. Hochgucken. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Einfach mal Glowstone-Self-to-Taste Glowstone-Glas. Glow? Hm, das ist aber... Glowstone-Glas. Ja, genau. Oh, sag's schön. Glowstone-Glas. Da kommt er heimlich an und, äh, wirft es einfach hin. Na, Glowstone-Glas haben wir dann keins. Du hast, gibst zu. Du hast Angst, dass ich will, dass du mitkommst. Was? Und dann neben dir explodiere. Ne, muss jetzt nicht sein. Dann machen wir das andere. Dann legt. Brauchen die... Brauchen eventuell... Machen wir das. Die Dinger nämlich richtig cool sind eigentlich. Haha. Das sich keiner wundert, dass wir keine Energie mehr haben. Aber okay. Super, ich kann nix abbauen. Wieso haben wir keine Energie mehr? Das geht's wieder. Weil der Reaktor leer ist. Irgendwann ist auch Reaktor-Lash. Ach, jetzt hab ich das nur... Das kann nicht sein. Ne, da hat irgendwas geknallt. Vielleicht war's der, dass er leer gelaufen ist. Ne, das Knallen, das war eher der... ...lieber Herr Blaze. Nice. Ja, bei mir knallt's öfters. Die sich schon losgeknallt. Alter Mann halt. So, ich brauch jetzt eine Vanilla Crafting Table. Mhm, sowas brauchst du. Jep. Und dann geh ich ne Runde explodieren. Nein. Ist das das, was ich auch schon mal gemacht hab? Ja, nicht ganz. Ich muss... Ist ein bisschen anders bei mir. Aber das Rezept ist auch recht kompliziert. Geht das eigentlich hier... Geht das hier eigentlich in dem Mod auch? Aber ich glaub, das hat es auch mal, ne? Gesagt. Ja, das geht auf jeden Fall. Also, ich geh jetzt mal hier hinten ans Wasser irgendwo. Ich warte dann mal gemütlich, bis ich wieder Holz abbauen kann. 30 Meter weg von allen. So, ich brauch vier Stück. Oh Gott. Eisen durch Diamanten teilen. Okay. Wieso kann ich den Baum nicht abbauen? Und Party. Weg. Weg. Außen. 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 Schrift. Umschrift. W. 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 Jaaaa. Das klang jetzt irgendwie awkward. Oh ja. Hm. Ja, die haben schon rot geblinkt. Ich seh hätte mal eine Diamonds vor. Oh, super. Den Baum kann man nicht abbauen, warum auch immer nicht komplett. Weil der manchmal zu groß ist. Nee, die Blöcke lösen sich nicht auf. Der Stab. Dann könnten wir jetzt irgendwann eine automatische Enchantment Dings bauen. Die Frage ist, wo bei euch das Portal jetzt hin? Mal so als Frage. Ne, automatische Enchantment Dings haben wir ja schon. Mr. Ja. Kriegt der die Items automatisch raus? Ne. Kann er, ist noch nicht angeschlossen, weil ich nicht wollte, dass er mehr als die, als den Stack Bücher verbraucht, weil ja die Essenz sowieso immer schon leer ist. Also upgradable ist es auf jeden Fall. Ja, wo kann ich das Portal in the Deep Dark hinstellen? Hab den Wunsch. Das ist nur ein Block. Sollte nur keiner anklicken. Irgendwann. In die Nähe vom Never Portal. Ja, das steht so offen. Wenn da ein Creeper explodiert, das ist jetzt echt zu teuer dafür eigentlich. Bauen wir noch ein Häuschen drum. Ja eben, so eine kleine Kapelle oder sowas. Tempel. Tempel des... Dieb da. Tempel des... Der Dunkelheit. Na genau. Und dann muss man ihn enthuldigen, dann kann man reinhüpfen. Muss man Wegzoll bei mir bezahlen. Hohoho. Ja, für es nicht darfst du böse Lachen. Warum bruchst du meine Fans nicht? Meine Fans nicht? Hast du ein Rüstungsignal dran? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich pusten die auch ohne. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch, nein. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Los, wachs die blöden Dias. Jetzt holen sie den ab. Jetzt holen sie den ab. Jetzt ist es zu spät. Ich bin ein Bauf. Sie sehen mich nicht. Wer war das denn? Bei mir nicht? Bei mir. Hallo, Hauptstraßen-Style, ja. Hauptstraßen-Style, Alter. Das ist immer was los. Das ist immer was los, ne? Digga, Alter. Hauptstraßen-Style, Mann. Genau so, nicht anders. Ach ja, die Diamond Crops. Wie immer noch nichts ankommt hier in den Tank, wie kann das denn sein? Weil du Razamon bist. Du kannst es tun. Oh, Razamon. Ich versteh's nicht mehr. Schauen wir mal alle Materialien bitte. Nein. Oh, Blasey. Wie hat er denn das geschafft? Meine Rüstung hat doch nichts mehr, da ist das Problem. Ich komm nicht dazu, die wieder aufzufüllen. Und dann machen wir einfach im nächsten Stream die Inneneinrichtung. Ah. Ich check's nicht mehr. Hä? Ich hab doch da grad Böcke runterfallen müssen. Na egal. So, dann machen wir noch ein paar Diamonds. Das Fluidakt ist... Das Fluidakt ist... Das Fluidakt ist die ganze Zeit ämntlich. Ich versteh's nicht warum. Ich check's echt nicht. Ja, wahrscheinlich äh, weil da nix kommt oder spawnen inzwischen Monster bei dir. Ja, spawnen Monster. Dann ist irgendwo ein Anschlussfehler. 100% Ja, ich geh grad die ganze Leitung nach. Ja, ich geh grad die ganze Leitung nach. Wieso kriegt man aus Magma Cube Essence Bottle of Enchanting raus? Magma Cube. Aus allen... Aus allen... Ähm... Essenzen, die quasi... Von... Von Mobs... Mobs sind... Mobs... Möbschen... Kann man... Kann man sich EP... Äh... XP machen. Es gibt auch ne... Ähm... Pflanze... Gibt direkt ne XP Crop, ja. Genau. Wollte ich auch noch machen. Aber jetzt bin ich gerade dabei erstmal... Diamond Crops zu generieren. Jetzt bin ich aber... Bin dabei ein Altar zu bauen. Wo geht die Leitung hin? Altaaa! Altar. Altar. Na, was geht? Alta Falta. Guck die Leitung hierher, wo will die hin? Na, wohl nicht zu dir, oder wie? Das weiß nur die Leitung. Vor allem jetzt, weißt du, in Wirklichkeit sind da jetzt schon 6000 Tonnen Müßigkeit irgendwo gelagert, weil die sich jemand abgezwackt hat heimlich. Ja, das bin ich aber gleich dann. Wer weiß, wer weiß. Wo geht denn diese Leitung hin? Aua. Wirst du irgendwo in der Nähe vom Schwimmen... Schwimmingpool. Schwimmingpool! Hör dich buddeln. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wo geht diese Leitung hin? Jetzt weiß ich, wo die Leitung hin geht, okay. Und wo geht sie hin? Da, wo der Mopspor... In die Toilette. Wo der Mopspor nach vorher war. In the Toilet. In the Toilet. Wir sind doch nicht verrückt, das ist der Hof. Wachst, Diamond Crops, wachst! Wachst, 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 wachst. Ja, die wachsen gerade sehr gut. Ich fliege zwar nur über dieses scheiß Teil und gieße... Manchmal ärgert mich die Säge total. Ja, die, äh, hat schon... Hat schon so ihre Momente. Ich fliege manchmal nicht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber das frühe Gedanke, das muss dann noch die ganze Zeit empty bleiben. Da muss doch irgendwann was mal reinfließen, oder? Ja, wenn es was gibt, was da reinfließen kann, dann ja. Aber der erste Gedanke gerade ebenso mehr in ne Ghetto war, aber... Irgendwie ging das woanders dann hin. Aber die normalen Mops, die ich geschlachtet habe, könnten vielleicht auch was abschwerfen. Ich habe gerade keinen Fall, dass ich nen Fehler gemacht habe. Dass die Leitung gar nicht anschlossen war. Das wäre schon episch, irgendwie ein bisschen. Ja, macht ja nichts. Ich kann den Quilinder jetzt auch anschließen. Ja. Noch zusätzlich. Kann ich wissen, wo ist denn da das Loch von dem Quilinder? Da gibt's gar kein Loch mehr. Hab ich zu mir. Ach, da gibt es... Ah, warte mal. Da kann ich es hin und machen. Da hat er ganz gut. So, jetzt am Ende habe ich Gack. Ich habe kein Glas in meine Fenster. Weil das Glas, das ich wollte, lässt sich irgendwie nicht schneiden. Was ich nicht... Mag mich nicht. Ach, der hat jetzt fliegen. Oh, ich hasse... Wieso sind die Wintertoren hier, ey? Weil und darum und blo... Wieso habe ich keinen Flick... Ich brauche einen Flick... Ich brauche echt. Ich habe aber keinen mehr dabei. Doof. Gucken wir eben einen. Mach das. Warum haben wir ja genug. Was zur Hölle? Obvisisch. Kinder sind toll. Ja, vor allem die drei. Die sind zum Beißen. Was? Ich will die Kinder äschen. Das wirft ein ganz neues Bild auf dich, Saskia. Beißfrau Totenkinder. Ich finde Kinder eigentlich auch super. Solange ich sie wieder abgeben kann, ist alles gut. Oh ja. Ich mag sie sehr gern. Es kommt nur auf die Menge an. Also Kindergartenmenge nicht. Kannst du nur kein Ganzes essen, ha? Sieht aus, als ob ich Kinder essen würde. Ja. Hm, pö. Who knows? Das merke ich mir, ja. Und was fängst du mit der Information dann an? Wer weiß. Das kommt drauf an. Ich sag nur Grillpartys. Wer weiß, was dann passiert. In der Grillpartys? Aber sonst geht's euch noch ganz gut. Immer. Ach komm, die ominösen Gründen Grillpartys. Davon weiß doch alles auch. Wir bringen die Marinade mit. Die Böse heute wieder. Aber ich. Da ist was in mein Haus gefallen. Ich hab dir da was hingestellt. Was ist das? Eine Laterne. Kann ich die auch wieder abbauen oder woanders hinstellen? Ja. Okay. Mit Spitzhacke. Ja, ich suchte sie gerade. Den Marbleboden kann man witzigerweise nämlich mit Dingensgut abbauen. Mit Tag. Das Ding war. Wo ist sie denn hin? Und dann kann ich... Kann ich die auch an die Wand hängen? Ja. Kann ich nämlich bald mal irgendwann, wenn Harpe mal weiter baut? Vielleicht verbinden sich unsere beiden Häuser dann. Ja. Eine Fusion. Wie baut man die Laterne? Hier würde sie nicht mehr eine zweite gut machen. Bei Stoneslabs. Also bei Stoneslabs in der Mitte eine Fackel. Oh. Oh, Stoneslabs.